Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Meine lieben Freunde, wichtiges und geiles Announcement. Heute der Duo Cash Cup, welcher gleichgestellt ist mit dem Duo Evaluation Cup. Es spielen wieder die geilsten Duos der Welt gegeneinander. Top 50 qualifiziert sich für das große Finale und dort geht es natürlich um ordentlich Preisgeld. Für die Top 5 aber nur, in Anführungsstrichen. Und, meine lieben Freunde, wir werden jetzt eine Sache euch announcen. Die beste 1v1 Map, die es derzeit auf dem Markt gibt, ist nicht nur von mir und Mr. Savage, sondern Mungral ist auch noch mit dazu gejoint. Das heißt, Mungral hat die auch noch approved. Wir werden sehr, sehr viele geile neue Updates bringen. Deswegen spielt gerne unsere 1v1 Map. Ist natürlich direkt hier einmal eingeblendet. Oder ihr sucht Mr. Savage, Mungral oder Amar in der Suchleiste. Mega geil. Dafür Ws in den Chat und damit würde ich sagen, viel Spaß mit den Highlights. Abfahrt. Äh, so lohnt ein Duo. Maybe wir werden ganz nach vorne. Sehr schön. Nice. Das war der Gute. Noch das Duo. Bauen. Digga, Karte 1v2, Chat. Sieht so ein bisschen aus, wie wenn ich baue. Nein. Oh, er hat den eigentlich so gut gefickt eigentlich. Paar mal Metz die ganze Zeit. Endlich wieder 1080p. Spaß. Achso. Maybe Crank Tots. Sehr gut. Tots, noch gut Metz. Noch 600, äh, 200 Metz. Er müsste jetzt eigentlich medkit poppen. Schußen sich. 200,4 Scholz. Achso, alles gut. Schade. Ist ein schade, Chat. Ist ein GG. Hä, warte mal. Er läuft hier einfach mit Sniper rein, ne? Also das ist ja geistesgestört. Auf meine Mutter, Moneymaker, sieht aus wie der Fischskill. Digga, easy. Ich hab da... Komm, Daddy. Schön. Oh, my. Alles, Peace. Ja. Du musst geklappt. Schön, schön, schön. Hat er gerade gesagt, Lavante? Lavante! Lavante! Digga, warum will er für Clips gehen? Warum will der Junge für Clips gehen? Ich weiß es nicht. Ich hab da geboten, ich hab... Ich hab da geboten, ich hab da geboten. Ich hab da geboten. Oh, ja. Ich bin fast alle Tage. Kone. Das ist ein Flopper. Du dumm. Oh, mein. Hauptsache, du spielst da, Chat. Ich hab da geboten. Mungral heute Runde wichtig. Diese Leute sind auf der look at height. Ja. Ich hab da geboten. Look her. 3, 2, 1. Also wenn ich Fnayen wäre, sein Duo-Made-Chat, wenn ich Fnayen wäre, ich weiß nicht, ob ich Was macht er da? Ich weiß nicht, ob ich es aushalten könnte. Dann haben wir immer pro Typ, der da ist, zwei geile Weiber. Ey, Digga, das skritte sie nicht aus. Ja, scheiße, größere Weiber. Wir machen natürlich nur Spaß. Digga, die W clean alles gerade in der Lobby. Hä, Bro, ist das nicht sogar die Top-50-Lobby oder so gerade bei denen? Grippy? Ist er bei... Ah. Wo ist Grippy denn drinne? Naja, wird das ja demnächst announcen, ne? Hä, er hat einfach Twitch-Prime-Skin drin. Das hart, Chat. Digga, die machen... Digga, die mobben einfach Leute, weil sie keine Skins haben. Das ist crazy. Bro, die Leute sind extra... Guck mal, es ist jetzt 20.30 Uhr, die sind nicht in der Schule, werden mal nicht gemobbt, Digga, und dann bom. Mobben sie einfach. Und solche Leute unterstützen ihr Chat, das finde ich echt scheiße. Also euer Twitch-Prime und euer Creator-Code AMA sollte einfach immer eingetragen sein, weil ich unterstütze sowas nicht. 33 Kills. Fucking Mobbing. Guck mal, er geht sogar extra für Pickaxe, weil er ihn mobben will, Chat. Digga, Reason geht immer down, ne? Es ist wirklich crazy, Digga. Also Reason ist ja tot arsch. Wie kann man so arsch sein? Digga, ich glaube, ich sollte mit nem Gürtel kommen bei ihm. Wen hätte der Chat noch gerne im Content-Haus, theoretisch? Digga, guck mal, warte mal. Wir haben dich, mich, Luke. Drei. Aimsy Productions. Vier. Dann haben wir... Äh... Dann haben wir Reason, Vadial und Shanti. Digga, wir sind schon sieben Leute. Bro, was willst du da noch reinholen? Riskology? Keine Ahnung. Hä? Ich wollte grad so ne most random Person sagen, die es geht. Ich hab einfach Riskology gesagt. Boah, es wär einfach nur so Riskology. Einfach Riskology bei uns, Digga. Der einfach morgens live geht und ein paar Snipes hättet oder so. Bro, wir kommen alle vom Club ein. Ja, schon live. Hahaha. Ey, ich sag ehrlich, wir könnten Dieter mit einziehen lassen. Und bei Dieter würde ich mir schön 40% oder 50% von seinen Einnahmen holen. Ich mach den Abouchaka scheiß drauf. Pfff. Das ist crazy. 1v1? 1v1! Warte mal, ist das die 40? Oder war das 39? Weil 39 wär sehr unbefriedigend jetzt. 39. Ah. Wieso lügt Kati jetzt schon on stream? Sie sagt, sie kennt keine Clubbesitzer. Obwohl, Clubbesitzer? Also Clubbesitzer kennt sie, glaub ich, wirklich nicht. Ist sie? Aber sie ist trotzdem eine Thorpe. Oh mein Gott. Clubmanager ist man auch schon nicht dort. Jed, ich glaub, Club, wenn man Clubmanager kennt, ist man noch eine größere Thorpe als wenn man Clubbesitzer kennt. Nein, ganz schlimm, Clubprovoter. Mann, wir sind nicht los der Thorpe. Huh! Ripp, Mongral Chat. Äh, für den Chat für Mongral. Oh ja, gefällt mir. Gefällt mir? Nein. Nein, er misst. Egal, 140. Ammar, würden deine Haare so richtig wachsen? Nee, auch nicht mehr. Jetzt ist auch durch, Digga. Ich würde aber mal Türkei machen, Chat, oder so. Würdet ihr das feiern, wenn ich dazu so einen richtig geilen Vlog machen würde? Oder so ein paar Streams, oder so? Ich glaub, sowas kriegen wir auch richtig easy verpacken. Ja, ja, ich hab schon so oft Anfragen gehabt, ne? Ja, komm. Chapp doch, chapp doch, chapp doch. Ja. Hier hoch. Komm zu mir, komm zu mir. Digga, meine Mutter ist so ne schlechte Mutter, ne? Ich sag ihr so. Jo, kommst du vorbei? Ich hab übel Hunger und so. Würdest du mir was zu essen machen? Sie so, hm, ich komm nächste Woche. Dann schickst du mir einfach ein Bild von so richtig krassem Essen. Und sagt so. Na, hättest du Bock drauf? Oh. Was? Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Du kannst. Ja, chill. Ich bin von. Ich bin von. Einmal zwei, äh, einmal zwei. Ich hab wieder Mets, hab wieder Mets. Ja. Komm, 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 komm. Komm. Oh mein Gott, Digga. Hä, was machen die denn für Kills die ganze Zeit? Oder eher gesagt, war die all. Oh nein. Oh mein Gott. Hätte er jetzt die Tech gehabt, Chat, die da lag. Ja, das war auch wieder Reasons Schuld halt. Oh, das war Enser und Styler, Chat. Halt's Maul, die holen. Hä? Digga, die holen. Oh, no way, Digga. Ich kipp ihn da nicht so. Enser und Styler, Bro. Enser und Styler holen Vadial und Reasons? Oh, Digga, ich kipp ihn da nicht so. Digga, sind die washed? Ich hab doch gesagt, die kommen nicht, FNCS, Chat. Ey, bitte, bitte, bitte. Lass meine süchtige Geschäftspartner beide Finale kommen heute, Chat. Top 50, das muss auch drinnen sein. Chat, die größten Baddies sind immer die größten Psychotanten. Das ist so. Ja, ist leider so. Nice. Ungra, lauter. Let's go, Savage, let's go, Gral. Let's go, Savage, let's go, Gral. They're trying to go up, they're trying to go up. Yeah, yeah, yeah. They don't have ELO. Nice, good shit. No way. Nice! I hope that's crawl. Please. I hope that's crawl, Saktor. Please. Please. Digga, bitte. 14 Kills, Bro. That's actually like... Come on, Bro. We cried out that fucking late game. Please, Bro. Top 50, meine Lieben, kommt ins Finale mit rein. Gucken wir uns das Ganze mal an. Cherry hier auf der Nummer Uno. Chico und Trulex. Alter, gutes Comeback. Vortexia. Maxi, ein Deutscher anscheinend. Nova ist mit dabei. Japko ist mit dabei. Misha und Tini ist mit dabei. Neps ist mit dabei. Mit Eyedrop. Fredoxi und Triban. Die streamen alle nicht. Arsch. Skydune. Arsch. Die streamen alle nicht. Riesel und Varial. Wichtig. Meine Söhne sind qualifiziert. Weezybot, Khan und Phoenix. Und Munklan und Mr. Savage Chat. Top 50 Lobby. Jetzt können wir mal sehen. Jetzt können wir mal sehen, wie sie in der Top 50 Lobby spielen. Da bin ich in den Chat. Oh, geil, Digga. Oh, geil. Wen haben wir noch? Gambit Fuß. Oh, der streamt zumindest. Das ist geil. Corny ist mit dabei. Hey, warte mal. Dieser Krat, hey. Den kenn ich doch. KR4, ja? Ja, den kenn ich mit ihm und seinem Dad. Dreamhack. Zehnmal gesehen oder so. Todkorrekt. Der Dad ist Sub bei mir. Digga, ich glaub bei mir auch. Bro, die sind Dings. Falsches Standings. Der ist nicht Qualled. Nein. Ihr habt recht. Oh mein Gott. Hell nah. Queasy und Thomas HD sind noch Qualled. Hell nah, Chat. Ah, ist das Scheiße. Boah, waren die alle gerade so Qualled. Und Munkral und Mr. Savage auch gerade so Qualled. Ei, 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 ei. Corny ist nicht Qualled. Gambit 2 ist auch nicht Qualled. Boah. Yo, yo, yo. We need to find a cheater, bro. Wait, you're 51st? Yes. No, really? Yes. Really, really. Why is that saying 47, bro? Yeah, I'm 51st. Really? I, I, I'm, I'm seeing 47. Right. Yeah, they're capping G. Maybe it's not updated on Fortnite Tracker. Ventil. How could it not be updated when it's 36 minutes? No, Ventil. Maybe Overcue. Bro, whole chat is writing you're 51st. Chat, I need, we need your help, okay? We need to find a fucking team that's cheating. No, we need a cheater. Chat, there's a hundred percent cheaters. Find them now, bro. Yo, send in the fucking army on the cheaters, bro. Yeah. Somebody fucking find them. Go and find the fucking cheaters, bro. Why is the replay so bugged, man? Send the fucking army, chat. Bro, why do you sound like you're on a plane, bro? Find the fucking cheaters. Fourth place, fourth place. Okay, wait. I'm gonna find them now. Fourth place is cheating. Fourth place is cheating, bro. I'm gonna find them now. Find them, Amal. We're on your stream. Find them! I'm watching, I'm watching fourth place in replay right now. Find the hacks, bro. Chat, we're checking now. I'm, I'm checking fourth place. If you wanna check 16th. I'm checking 16th. Okay. Yeah, this, this team is cheating. Okay. Max pump. No skins. Max pump. Oh, fuck. What was that name? Fourth place is cheating, bro. Both of them. They haven't missed a single bullet. What the fuck? 16th and fourth place, everyone's saying. They have wallhack. Go fourth place and report them cheating, aimbot, ESP. Yeah. And then we need to report that player and then go into the one and then report this fucking idiot too, bro. They only played 40 rounds in normal mode. They never played more than 40 rounds. That's awesome. That's awesome. They have, fourth place has only one event and they made 500 euros. Fourth is flat. Well, they're actually fucking shit. How can they do like 37 kills? They have to be like console or cheating. They only have seven hours of playtime. Yeah, bro. Yeah, that's it. Mm. Okay. Wait, chill. We need to get some more evidence. Yeah. We need more evidence. Yeah. Wahrscheinlich, chat. They have like zero awareness as well. Bro, what the? Nah, he gives like crazy one pumps. Nah, this guy's the best. This guy's the best. This guy's the best. They both only max, bro. This team got 17. No. 10 kills in seven. No. Fuck my thing. 17 kills in 10 minutes. Look at this chat. Bro. Wait, wait. Watch my stream for a second. Okay? Okay. So you think this. Did you watch this as well? Wait. Watch this in like 0.5. Watch this. Watch this. You need to see the. Did you see what he did after this? No, wait. Bro, I left the replay after seeing this. I was like, yeah, this guy's cheating. No, bro. You need to watch what happened after. Okay, wait. Keep watching, bro. Like after he got rest, yeah? Yeah, yeah, yeah. Watch. Savage, watch as well. I'm watching. I'm watching. Look at these. Look at this guy's. Wait, watch the other guy. No, no. Watch the other guy. Watch the other guy. Okay. Look at these pumps. He already hit one. Oh, no, he didn't. Watch this. Under 62. I'm watching. Under 62. Yo. Come on. This guy doesn't miss. He's literally the best. Nah, okay. Look at that. When you see when he's micro-tracking, the guy move. The guy's movements like through the wall. Yeah. I've seen it. I didn't even see that guy as well. He's tracking him through the phone. Shoot the other guy. He didn't even see. Yeah, that's what I was thinking when I watched that. Fuck. We sound so toxic, but I swear they're cheating. Like, I'd actually feel bad, but I still wear. Maybe it's just him. Yeah, maybe. Wait. Why did he get banned? Bro. Savage. What? Second place got banned. I don't know why. I didn't tell anyone. I didn't tell anyone to report second. Same, same, same. Does that mean we can play though? I thought the same, bro. I just didn't want to say it. Bro, it's coming into hell. Bro, whatever it takes, man. Somebody fucking ban Queezy and Thomas for all I care, man. Bro. At this point, I don't care. I'm kidding. I'm kidding. We need justice for the fucking cheaters, man. That's true. If they ban the teams that aren't cheating, then like, what the fuck is even going on, man? This is chaos. Nah, it's actually chaos. Maybe 44th is cheating, in my opinion. Joking, joking, chat, joking. The second game should start in like nine minutes, though. Oh my god. Whoa, whoa. Action taken. Suspect afterhanded. A player you reported has had action taken against him for negative behavior. Fuck off. After keeping Fortnite, have fun and friendly community. Fuck off. No cap. I just got this on my screen. I just restarted my game. You unlocked a new tournament. Yes, we started. We did it, bro. You're lying. You're lying. You're lying. I'm not lying. Just this. I'm not lying. Are you on the leaderboard? Wait. I'm going now. I'm going. I'm re-uploading. We're 49th. We're 49th. We're 49th. We're 49th. We're 49th. I'll smoke it. Hold up. Hold up. Hold up. Hold up. Hold up. Let's go, Chad. Let's go. We did it, boys. We did it. We fucking did it, bro. So.